Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Start-up-Ökosystem von Marlis Jahnke und Heidrun Westen. Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Osborne Clark, seit etlichen Jahren eine der führenden Venture-Capital-Berater in Deutschland und Europa. Osborne Clark berät als internationale Wirtschaftskanzlei Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren sowie Unternehmen auf der Suche nach innovativen Geschäftsideen in allen praktisch relevanten Fragen des Wirtschaftsrechts. Mit umfassender Erfahrung und einem tiefen Verständnis der Kernbranchen, Tech, Media, Life Science, Energy und Financial Services. Danke an Osborne Clark. Unsere heutige Gesprächspartnerin hat mit 27 Jahren und alleine das Ad-Tech-Unternehmen DigiDip gegründet, erfolgreich in 40 Jahren internationalisiert und dann 2021 einen satten Exit hingelegt. Vom Exit erlöst hat sie eine Stiftung für sozial und finanziell benachteiligte Gruppen gestartet. Wow! Wir sind begeistert und mega gespannt aufs Gespräch. Herzlich willkommen, Sabrina Spielberger. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Liebe Sabrina, schön, dass du hier bist und Kuchen mitgebracht hast als erste unserer Gäste. Und vor allem auch sehr leckeren Kuchen. Ja, gerne. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, sondern erzählst du uns zum Einstieg kurz deine Mission. Also, ganz kurz, um das wirklich auf den Punkt zu bringen, meine Mission ist, glaube ich, jetzt erstmal herauszufinden, was ich wirklich machen will. Nochmal gründen, wahrscheinlich eher erstmal nicht. Ich habe überlegt, mich ein bisschen weiterzubilden in Gebieten, für die ich brenne. Und vielleicht da ein bisschen weit reinzugehen und jetzt mich auch auf meine Mutterrolle zu konzentrieren, die ganz neu ist. Cool. Ja, vielen Dank. Wir gehen jetzt tatsächlich so ein bisschen zurück. Wir sind natürlich mega gespannt, aus der Vergangenheit zu hören und auch in die Zukunft zu schauen. Exit hingelegt, echt sehr sauber. Wir wollen aber erstmal ein bisschen dich näher kennenlernen. Du bist, wie du uns erzählt hast, in Bayern aufgewachsen und hast afghanische Wurzeln. Wann und wie ist deine Familie von Afghanistan nach Deutschland gekommen? Also, meine Familie, meine Eltern sind Ende der 70er Jahre geflüchtet tatsächlich von Kabul nach Deutschland mit meinen beiden Geschwistern, die damals schon ein und zwei Jahre alt waren, also Babys. Und das war einfach damals durch den Einmarsch der Russen. Mein Vater war damals ein Militäroffizier und dadurch eben politisch verfolgt. Und deswegen mussten sie in Deutschland Asyl suchen und sind dann erstmal in Neunkirchen, in einem Saarland gelandet und dann ein paar Jahre später in München. Und gelandet heißt, wie ich es mir jetzt vorstelle, dein Asylheim? Genau, richtig, ja. Ja, lange in so einer Pension, die quasi für mehrere Familien ausgerichtet war, aus mehreren Ländern geflüchtet sind. Ja, Wahnsinn. Im Vorgespräch haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie schwer die Situation in Afghanistan schon für Frauen in Deutschland auszuhalten ist wie uns. Wie viel schwieriger ist es natürlich noch für dich und vor allem natürlich für die Frauen im Land, die 20 Jahre eigentlich fast jetzt frei waren und wieder zurück ins Mittelalter geworfen sind. Aber wie gesagt, Afghanistan hat ja eine lange Geschichte, wie wir an deiner Geschichte auch sehen. Und ja, du überbrückst noch deutlich mehr Gaps, als in diesem Podcast eigentlich üblich. Eigentlich geht es uns ja immer um die Verringerung der Gender Gap. Aber bei dir kommt dazu die Micro-in-Founder-Gap und die sozioökonomische Gap. Jetzt haben wir gelernt, dein Vater war Offizier, aber hier, glaube ich, musste er dann nochmal ganz von vorne anfangen. Wie bist du aufgewachsen und inwiefern hat dich die Herkunft deiner Familie geprägt, beziehungsweise was hat dir geholfen oder stand im Weg? Also wir sind wirklich mit wenig aufgewachsen. Es hat sich aber nicht immer wie wirklich wenig angefühlt. Für mich war das immer selbstverständlich, dass ich die Sachen von meinen Geschwistern trage, dass wir halt eben nicht das Geld links und rechts ausgeben können und dürfen. Meine Eltern haben sehr viel, sehr hart gearbeitet. Jobs, die nicht wirklich gut bezahlt haben, also von Zeitungsaustragen, Zeitung verkaufen. Zeitung verkaufen. Ich glaube, mein Vater war sogar eine Zeit lang in der Kantine als Küchenhilfe tätig. Also hatte wirklich mehrere Jobs. Ich habe ihn auch selten gesehen, also meistens eben dann nur am Wochenende, abends. Aber meine Mutter war lange Hausfrau und für meine Eltern war das immer wichtig. Also mein Vater wollte immer unabhängiger sein und in die Selbstständigkeit. Und er hat sich irgendwann mal den Traum gesetzt, also das Ziel gesetzt, seinen Traum zu erfüllen, mal einen Kiosk, einen kleinen Kiosk in München zu haben. Und den hat er sich dann auch erfüllt, ganz viel Geld darauf gespart von den Jobs und dann den Kiosk geöffnet. Tatsächlich kurz bevor ich studieren gegangen bin. Und hat das dich irgendwie beeinflusst, so dieser Wunsch, selbstständig zu sein, weil du bist das ja dann auch geworden? Also war das so ein Spirit, der zu Hause vorhanden war und dich beeinflusst hat oder ist das unabhängig? Ich habe das damals nicht wirklich gecheckt. Ich war noch sehr jung und für mich war das nicht so krass, wie wenn ich jetzt heute zurückdenke, wie krass es eigentlich war, dass sie das gemacht haben. Ich habe es geliebt, im Kiosk zu stehen und verkaufen zu spielen. Also ich musste. Ja, klar. Ich glaube, die Rolle versteht man ja erst rückwirkend. Rückwirkend total, ja. Also ich glaube, neben der Prägung oder dem Einfluss, diesen Weg der Selbstständigkeit zu gehen, gibt es ja noch ein wichtiges Stichwort, das heißt Bildung. Also ganz offensichtlich haben deine Eltern ja großen Werte draufgelegt. Du hast erzählt, deine beiden Geschwister haben studiert, du hast auch studiert. Was hast du studiert? Also alle drei haben tatsächlich studiert. Ich habe noch eine jüngere Schwester. Ich habe auch studiert. Ich habe internationale Wirtschaftsmanagement studiert. Und war das ein großer Weg für dich? Also ich kann mir vorstellen, wenn du im Kiosk ein- und ausgegangen bist, ist das ja irgendwie doch nochmal ein Step zu sagen, hey Mama, Papa, jetzt möchte ich studieren, finanziert mich mal ein paar Jahre weiter. Ja, also das Ding ist, ich habe das einfach auch meinen Geschwistern abgeguckt und habe mir gedacht, okay, ich habe das gesehen, wie die daran gewachsen sind und dachte mir, okay, das ist wahrscheinlich der nächste Schritt zum Erwachsenwerden. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann muss ich sie nutzen. Also meine ältere Schwester hat auch immer gesagt, hey, Bildung ist das Allerwichtigste, wenn du studieren, wenn du die Chance hast zu studieren, dann musst du es einfach, wäre schlau, wenn du es machst. Ja, ich wäre auch mit einer Ausbildung fein gewesen, bloß ich war auch damals nicht so entschlossen. Ich war noch viel zu jung, um zu checken, was ich eigentlich wirklich will, in welche Richtung ich will. Und ich dachte mir, Studium schenkt mir noch ein paar Jahre, um darüber nachzudenken. Der Freiheit. Ja, genau, ja. Ja, man muss das ja auch nicht unbedingt, es müssen ja nicht immer die Eltern bezahlen, man kann ja auch ein Stipendium kriegen oder selber jobben. Richtig. Da gibt es ja auch noch ganz viele Möglichkeiten. Ja, ich habe auch nebenbei viel selbst gejobbt. Ich auch. Ja. Und du hast sogar auch in Porto studiert, hast du eben erzählt, ne? Genau. Ja, mein Auslandsjahr. Ich habe mich eben für die FH damals entschieden, weil sie diesen starken Auslandsfokus haben und bin dann in Porto gelandet, was super war. Okay, next step. Im Vorgespräch hast du uns sehr entspannt erzählt, wie du, heißt das eigentlich DigiDip? Ja. DigiDip. Die Amis sagen immer DigiDip. Genau, DigiDip. Also wie du DigiDip auf die Beine gestellt hast, das klang recht easy, wie bei so vielen Gründerinnen. War es aber bestimmt nicht. Viele empfinden Gründen als extrem hohes Risiko, deswegen machen sie es auch selber nicht. Aber wie ist das bei dir und wie bist du mit dem Risiko umgegangen? Wie hast du das für dich sozusagen handelbar gemacht? Na, das Gute war, dass ich da noch sehr jung war und relativ, ja, unabhängig. Also ich habe damals noch keine Kinder gehabt und dachte mir, okay, wenn es schief geht, ich kriege immer noch irgendwo einen guten Job. Also es ist durch meine Kontakte, die ich mittlerweile auch angesammelt habe. Ja, also das, es hat sich natürlich ein Risiko angefühlt, weil, aber eher, weil ich Angst hatte zu scheitern. Ich fand auch immer, das Worst-Case-Szenario war nicht so schlimm, als man jung war, ne? Nee, genau. So dieses, was soll schon probieren. Hattest du Vorbilder dabei? Also gab es jemanden, wo du sagst, das war cool oder? Ja, also ich habe es eigentlich vermieden, oft nach links und rechts zu gucken, auch wenn es schwierig war. Gerade hier in Berlin in der Gründerszene, wo es einem wirklich um die Nase gerieben wird, ob man will oder nicht. Ich habe, ich meine in meiner Familie natürlich, also mein Bruder. Ja, auch tolle Vorbilder, das Risiko einzugehen, das Land zu verlassen, neu anzufangen. Ich meine, für die wäre es, glaube ich, cooler gewesen, also was heißt cooler, aber ich glaube, meine Mama hätte sich wohler gefühlt, wenn ich wirklich einen Job gehabt hätte. Sicher? Ja, aber ich muss sagen, mein heutiger Mann, der war auch eine große Inspiration. Der hat damals schon erfolgreich gegründet und ich fand das toll, also da ins Büro mit den coolen Leuten, die er da eingestellt hat. Und dann haben die ein tolles Produkt gebaut und das fand ich einfach, das hat mich mal sehr, sehr inspiriert. Du hattest ja zunächst journalistische Ambitionen, ne? Ja. Du hast einen Blog gegründet, das Monetarisieren von Blogs. Damit habe ich mich auch sehr beschäftigt in den Jahren. War ja super schwierig damals. War das der Impuls oder wie kamst du überhaupt auf die Idee, was du gründen willst? Die Idee war wirklich, es ist eine reine Problemlösung gewesen. Also ich hatte ja schon Erfahrungen gesammelt im Affiliate-Marketing, im Online-Marketing durch Display-Vermarktung in einer Firma, wo ich damals gearbeitet habe und hatte dann eben auch die Kontakte zu den Netzwerken, den Agenturen und den Brands und so weiter und Publishern. Und ich habe dann mit ein paar großen Publishern geredet, weil damals war es schon so, da hat es schon angefangen von den Brands, Display, Banner, Banner, Layer, Pop-Ups. Ja, nervt. Habt ihr nicht irgendwie eine coolere Werbeform? Hab mich dann umgesehen und in der Zwischenzeit auch meinen eigenen Blog gestartet und dachte mir, okay, ich will den jetzt auch nicht mit Bannern voll klatschen. Hab mich dann umgeguckt und hab gesehen, dass es so eine Art Content-Monetarisierung gibt. Also man kann ausgehende Links zu Produkten oder Dienstleistungen monetarisieren mit Affiliate. Klar, bin dann auch tiefer rein und hab gesehen, es gibt schon welche, die das anbieten. Hab dann in Deutschland große Publisher gefragt, ob die das schon benutzen. Und die meinten, ja, teilweise, aber sie finden es nicht so, ist nicht die perfekte Lösung für sie. Und dann hab ich halt gemeint, wenn ich sie bauen würde, würdet ihr sie benutzen. Und dann hieß es, ja, mach mal und dann gucken wir weiter. Und dann hab ich schon gemerkt, okay, da ist eine Lücke, die ich füllen könnte. Vielleicht nochmal wirklich einmal erklärt, also nehmen wir mal einen Blog. Da ist ein Link und beim Verkauf, also ein Produkt ist verlinkt und ein Leser des Blogs liest das und du bekommst Anteile, um nochmal einmal die Affiliate-Logik zu verstehen. Richtig, genau. Also der Shop bezahlt dann eine Provision, von der nehmen wir uns ein bisschen was und geben sie dann weiter. Genau. Und du hast dann ein eigenes AdTech-Unternehmen gegründet, und das genau ein Affiliate-Netzwerk anbietet. Genau, ja. Genau. Da warst du 27 Jahre. Ja. Und warum hast du allein gegründet? Also ich hab einfach keinen Co-Founder gehabt. Ich meine, ich hätt's cool gefunden, wenn zum Beispiel mein Mann damals, also damals war ich nicht mein Mann. Das war ja damals noch nicht dein Mann, ne? Nee, genau. Genau, aber die Reihenfolge, genau. Wenn er Co-Founder gewesen wäre, aber er hatte ganz viele andere, also ich meine, er hatte mit seiner eigenen Firma genug zu tun, hat sich dann aber netterweise als Business Angel angeboten. Das heißt, ja. Aber so Kollegen, also du hast ja vorher auch in anderen Firmen gearbeitet, Kollegen oder so, die, oder Kolleginnen, da kam niemand in Frage? Nee, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Ich hab da auch nicht so den Drang gehabt, jemanden an meiner, also jemanden als wirklich Co-Founder an meiner Seite zu haben, weil ich mir dachte, ich hol mir das mit dem Team einfach rein. Ich hab auch alleine gegründet, aber ich hab's oft bereut, muss ich zugeben. Ja. Im Nachhinein, denke ich mir, wäre vielleicht einfacher gewesen manchmal, ja. Ich hab mir eine Co-Founderin dazugenommen damals, aber mit wenig Anteilen. Insofern war es ja auch nicht so richtig, richtig. Aber war ganz gut, weil ich hab ja gegründet und zwei Wochen später bin ich schwanger gewesen. Also brauchte ich dann jemanden, der tatsächlich auch noch ein bisschen enger angebunden ist. Oh Gott. Als nur so ein Mitarbeiter. Krass, okay. Du hast natürlich, wie sich das gehört, vor der Gründung den Markt gecheckt. Und du hast eben schon so leicht angesprochen, ein Kontakt bei Springer sagte damals, ruf mich an, wenn es live ist, wir buchen das sofort. Dann war der aber, als es live war, gar nicht mehr da. Ja. Und alles doch nicht so einfach. Ja. Warum und wie bist du damit umgegangen? Es war schwierig für mich tatsächlich. Das war auch so ein Breaking Point, wo ich gesagt hab, ich bin nach Hause und hab gesagt, boah, dann will ich es eigentlich vielleicht nicht machen. Weil für mich war damals die Zusage von diesem wirklich großen Verlag, der Treiber, DigiDip wirklich auf die Beine zu stellen, weil ich mir dachte, mit dem Namen kommst du überall rein. Dann muss ich gar nicht mehr groß bei den anderen pitchen und dachte mir so, okay, das ist so eine schöne Abkürzung, so easy way in. Aber, und dann, als ich dann angerufen habe, um zu sagen, hey, wir sind live und wie schaut's aus und ich dann erfahren habe, der arbeitet dann nicht mehr und die, die da jetzt sind, hatten da gar keinen Bock drauf und meinten, nee, voll unsexy wollen wir nicht. Das war krasser Rückschlag. Also da habe ich eine Woche oder vielleicht länger überlegt, ob ich es überhaupt mache. Und was hast du dann gemacht? Also wie bist du damit umgegangen? Ja, nichts, also ich war leicht depressiv. Erstmal down und dann hast du dich rausgeklemmt. Ich meine, man muss auch sagen, ich habe ein Jahr lang daran gearbeitet mit den Programmierern. Du bist ja dann auch trotzdem sehr erfolgreich geworden. Also was war so der Turning Point? Wie hast du dich dann wieder aus dem Sumpf gezogen? Also ich habe mir gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach durch ganz Deutschland und pitche einfach an alle Verlage und wenn es dann immer noch keiner will, dann kann ich ja immer noch aufhören, aber ich muss es wenigstens probiert haben. Und es hat zum Glück funktioniert. Dass du es gemacht hast. Ja. Die Frage ist natürlich, wie hast du dich finanziert? Also du bist losgegangen in der Hoffnung, ich pitche, ich pitche, ich pitche und ich bootstrappe dann. Oder wie hast du dich finanziert? Das Gute ist beim Affiliate, dass es sobald es losgeht, verdient man sofort. Ich war zwar, also ich habe... Aber du musst es ja voll programmieren. Genau, das war, das ist nämlich, das ist der Punkt. Die Programmierer wurden mir eben damals von meinen Business Angels gestorben. Aha, also du hast die Business Angels geholt. Richtig. Genau, zwei. Zwei. Und das war eben damals mein noch nicht Ehemann. Was auch eine super Story ist. Ja. Der auch gesagt hat, hey cool, wenn das dann da ist, dann können wir es ja auch ausprobieren. Und seinen Business Partner, Paul Nicke, der das ähnliche, was mein Mann hier gebaut hat, auch in den UK gebaut hat. Und wir wollen jetzt nicht wissen, wie du dir deinen Mann geschnappt hast. Aber wie hast du dir deine Business Angels geschnappt? Also wie bist du, kanntest du die schon? Ja. Das war aus dem Netzwerk. Das war ein Netzwerk. Okay, und die haben dir dann die Programmierer zur Verfügung gestellt. Also die sind nicht mit Geld rein, sondern die sind mit eben super wichtig Programmierer-Knowledge respektive Mitarbeitern reingegangen. Genau. Und haben erst mal das, ich meine, als Ad-Toc-Unternehmen musst du ja erst mal irgendwie Tech bauen, logischerweise. Genau, die hatten damals so einen kleinen Inkubator, haben sich vorgenommen, Ideen zu fördern von verschiedenen. Es war nicht, ich war da nicht alleine, da zum Beispiel auch die Urlaubspiraten sind da drin entstanden und so. Aber ich konnte halt nicht programmieren und ich habe gesagt, okay, wäre halt cool, wenn ich wenigstens die Programmierer von euch kriegen könnte. Aber jetzt interessiert mich natürlich sehr, was hat sich verändert, als klar war, das ist nicht nur dein Business Angel, sondern noch so ein anderer Angel, also dein späterer Ehemann. Hat sich da was verändert in der Business-Situation? Nee, eigentlich nicht, weil, also ich habe halt gehofft, dass wenn wir, sobald wir live gehen, dass es dann sofort einen baut, ne, bei MyDeals und so weiter. Hat er nicht gemacht. Ja, weil er gesagt hat, es kann er so. Vielleicht auch ganz smart. Ja, also man muss echt sagen, also Paul und Fabian sind wirklich sehr smarte Typen. Und die haben auch nicht einfach so in mich investiert, sage ich mal, sondern sie wussten, okay, ich habe da einen bestimmten, ich bin da hungrig drauf. Ich will das auf die Straße bringen. Bloß als es dann live war und ich dachte, okay, jetzt ist es selbstverständlich, dass die es halt jeweils bei sich einbauen. Und sind ja meine Angels, hieß es erstmal, nee, wir haben ja auch irgendwo Teams, die das mitentscheiden müssen. Ich meine, fair enough, ja, sie hatten professionelle Sales-Teams auch und so, die musste ich auch erstmal überzeugen. Und es geht ja nicht, dass nur, weil ich jetzt die Freundin bin, jetzt einfach mal das Produkt, was ist, wenn es schiefgegangen wäre. Also seine Reputation wäre dann im Keller und dann hat es halt schon ein paar Jahre gedauert. Also ich musste mir selber mit DigiDip eine Reputation aufbauen. Und wie toll ist es. Also ich meine, es ist wirklich dein Erfolg. Also ich würde auch eher sagen, dein Mann hat sich dich geschnappt als andersrum. Also wenn ich dich hier so erlebe, dann ist das für mich das wahrscheinlichere Szenario. Wir gratulieren von hier. Das spiele ich ihm vor. Unbedingt. Wir brauchen mehr männliche Hörer. Ja, genau. Und genau, bei DigiDips Wachstum und Größenordnung würde man eigentlich annehmen, dass auch VCs an Bord waren. Du hast aber gesagt, das wolltest du nicht. Warum? Also wir hatten da, ich hatte da oft darüber nachgedacht, aber ich wäre wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich, also wahrscheinlich wären wir schneller gewachsen, wäre ich schneller gewachsen damit, hätte schneller wichtige Leute einstellen können. Aber es schien mir dann doch nicht super notwendig. Und ich habe dann ja auch gutes Sparing gehabt mit Paul und Fabian und die haben auch gesagt, ja, schau, also du kannst ja, schau mal jetzt, wie das mit der, also ich wollte dann internationalisieren, schau mal, wie du damit zurechtkommst. Und ich meine, die kann man ja dann immer noch holen. Aber wirklich gebraucht habe ich es einfach nicht. Ja, ist ja auch eigentlich ganz smart. Also es hängt ja auch, also auf der einen Seite ist es toll, wenn man plötzlich viel Geld zur Verfügung hat, um zu wachsen. Und andererseits hat man natürlich auch ganz viele Hindernisse und Leute, die mitsprechen wollen. Und du wolltest ja schon keinen Co-Founder. Dann versteht man auch das vielleicht im BBC nicht unbedingt so. Und beim Exit bleibt mehr übrig, ne? Genau, genau. Das weißt du nicht. Also wenn du schnell mehr größer wirst, dann bleibt beim Exit im Zweifel auch mehr übrig. Klar, ich meine, hat zu der Zeit auch viel Negatives gehört der BBC und Investoren. Und da hatte ich dann auch ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Und du brauchtest es auch nicht. Ich meine, du hast vorhin gesagt bei deinem Geschäftsmodell, du kannst im Prinzip, du verdienst gleich Geld und du kannst aus dem Umsatz das Wachstum finanzieren. Richtig, genau. Und ja, also bei mir war es ähnlich. Ich habe auch aus dem Umsatzwachstum finanzieren können. Und die Hürde war dann tatsächlich die Internationalisierung. Und die habe ich nicht geschafft. Du hast sie brillant geschafft. Wir haben schon im Intro gehört, 40 Länder. Wie ging das los? Wie hast du das angestellt? Was waren die ersten Länder? Wie geht sowas? Das hört sich auch krass an. Es war auch krass, wenn ich im Nachhinein überlege, wie ich das gemacht habe. Also ich hatte Praktikanten am Anfang, die ich als Senior Sales Manager losgeschickt habe. Und die hatten das natürlich in ihrer E-Mail-Signatur nicht Praktikant stehen. Aber das finde ich auch schon wieder super. Du hast immer sozusagen Leuten viel zugetraut. Voll, ja. Voll. Und ich habe denen auch wirklich viel Verantwortung gegeben am Anfang. Und dann habe ich mir jemanden geholt, der Portugiesisch konnte. Ich habe mir jemanden geholt, der gut Französisch konnte. Alles Praktikanten. Ja, das waren alles Studenten. Und die haben tatsächlich die First Step für die Internationalisierung gemacht. Tatsächlich, ja. Ich habe nur jemanden geholt, der Polnisch kann. Das war auch ein wichtiger Markt für uns. Einer ist noch geblieben und der hat für mich, also der war wirklich so der Schlüssel zur Internationalisierung. Der hat perfekt Englisch gesprochen, Französisch und hat auch voll den Drive, hatte richtig Bock drauf. Und der ist mein Hidden Star eigentlich, weil er ist dann schnell ins Sea Level, also nicht schnell, aber über die Jahre hinweg. Der ist immer noch da. Cool. Der ist jetzt schon länger da als wie ich und ist ins Sea Level aufgestiegen. Und ist jetzt Teil der Gruppe auch. Toll. Mega. Wie viele Mitarbeiter wart ihr dann? 20, 25. Wow. Und damit habt ihr so einen fetten Markt. Also wirklich, wow. Und was war das stärkste Land international? USA. Tatsächlich? Ja. You made it. You made it, ja. Das war das umsatzstärkste Land. Mega. Ja, und ich meine, sag ich mal, eigentlich das Land, in dem Affiliate Marketing noch vor Deutschland unterwegs war, ne? Also du hast, mega. Ja, und wo du auch wirklich präsent sein musst, sonst arbeiten die nicht mit dir, ne? Wir haben dann so getan, als hätten wir ein Office in New York. Oh, wie geil. Wir können jederzeit vorbeifahren. Ich auch finde, ich hier so vor dich hin grinst, oh, ich liebe es. Super, super. Es ist vielleicht ein paar Tipps für den einen oder anderen. Fake it till you make it. Genau. Also denen war es schon wichtig. Die hatten ja unsere Konkurrenz eingebaut, die ja auch da saßen in New York, ne? Unsere Konkurrenz war richtig groß in den USA. Und da habe ich gesagt, naja, wir sitzen auch, wir haben jetzt auch ein Büro hier. Fangen wir erstmal hier im WeWork an. Aber ihr galtet als fastest growing ad tech company, zumindest in Deutschland. Okay, das ist jetzt. Und Europa auch dann. Und Europa, mega. Und ich sage jetzt mal nicht ganz konkret, wie viel Umsatz war. Ich glaube, das ist nicht so öffentlich, aber auf jeden Fall deutlich zweistellige Millionenhöhe. Und du warst ja noch sehr jung. Du hast eben erzählt, wie du sozusagen die Internationalisierung gestartet hast, der Smart mit den Studentinnen. Wie hast du dann das Wachstum gemanagt? Weil das ist ja dann schon noch eine andere Nummer, sozusagen ein Level auch zu halten. Also wenn man eben nicht von ganz klein anfängt, wo das Risiko auch noch nicht so dramatisch ist, wenn du dann irgendwann eine Maschine laufen hast, dann wirst du ja ein bisschen ernster. Wie hast du das gemacht? Also das Wachstum, das war auch krass. Also am Anfang haben wir uns ja gar keine Umsatzziele gesteckt. Mir war einfach nur wichtig, dass ich die Gehälter pünktlich zahlen kann. Und dann war das dann der Punkt. Mir war es auch wichtig, dass ich irgendwann meine eigenen Programmierer habe. Also das ist nämlich von Paul und Jen, dass ich die entlaste. Weil die haben ja auch weiter ihre Projekte an den Start gebracht. Und denen war es auch wichtig, dass ich unabhängiger werde. Und dann konnte ich mein eigenes Programmierteam, konnte ich mir das leisten. Ich konnte mir ein CTO leisten. Und dann konnte ich mir auch endlich ein ordentliches Finance-Team leisten. Und das war für mich, das war das Beste, was mir passieren konnte. Also du hast dir eine gute Struktur aufgebaut. Genau. Ich habe diese Struktur gebraucht, weil vorher hatte ich wirklich, für mich war das, es war nicht super overwhelming, aber es war halt schon so, dass ich gesagt habe, ich würde mich schon lieber gerne nur auf das konzentrieren, was ich am besten kann. Also Vertrieb und Führung. Wobei ich das auch, es ist auch eine lange Geschichte, muss ich auch erstmal lernen. Führung war eigentlich nicht so mein Ding am Anfang, aber dann schon. Und Kultur und die Unternehmenskultur und alles. Das war mir halt so wichtig. Und dann aber so Themen wie Budget und Finanzamt und Forecast und sowas. Und die einzelnen Länder schließen, was würde es kosten. Das war interessant, war auch wichtig, aber ich habe schnell gemerkt, das ist ein Thema an meiner Seite, der das professionalisiert. Du hast ja so 2013 gestartet. Das war ja die Zeit, als Female Founder irgendwie noch gar nicht so eine Begrifflichkeit war. Heute sind sie zum Glück gehypt. Also wenn ich betone zum Glück. Kriegst du da so ein bisschen Wehmut? Ja. Mir geht es nämlich genauso. Ich denke mir, ich wäre damals schon so hottest Shit gewesen. Absolut. Bist du immer noch. Das hat dann keinen interessiert. Ja, war mir auch höchst unangenehm. Ich habe es auch gemerkt, so auf Events und so. Ich bin noch gar nicht gern hingegangen. Ja, wirklich beeindruckend, was du da aufgebaut hast. Also aus meiner Sicht bist du immer noch hottest Shit. Siehst auch so aus hier, schwarze Lederhäuser, lange, weil eine schwarze Haare, große Frau. Danke. Irgendwann hast du dich entschieden zu verkaufen. Wie kam es dazu nach neun Jahren? Ich wollte schon früher, ich habe öfter mit dem Gedanken gespielt, weil ich habe gemerkt, das ist eine coole Firma, die ich aufgebaut habe. Und es macht auch Spaß. Die Leute sind cool. Ich habe echt ein cooles Team zusammengestellt. Aber es war mir dann irgendwann mal zu monoton. Und es hat dann irgendwann mal auch Umsatzgrößen erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ja, wäre jetzt nicht schlecht, die Verantwortung mal abzugeben. Ist ja nicht so ein super spannendes Geschäftsmodell. Also innerlich, das verstehe ich. Ja, es war unfexten damals auch. Monoton, so als CEO von einer Millionen-Kompanie, aber stimmt, da habe ich gedacht, klar. Affiliate. Das Ding ist, im Affiliate-Business, es kam ja nichts Neues wirklich dazu. Und es waren immer das Gleiche. Es waren immer dieselben Leute in der Branche. Und es hat mir dann gereicht. Und du bist dann ja rausgegangen oder bist gekauft von, also es gibt ja diese Buy-and-Build-Missions von den Private Equity Investment Gruppen. Ich kenne das auch. Die rufen dann an. Wie war es bei dir? Die haben meine Konkurrenz vorher gekauft. Und dann war ich bei denen auf dem Schirm. Und dann haben die gesagt, okay. Und du bist zu denen oder haben die dich kontaktet? Ich war vorher schon mit M&A-Beratern im Markt unterwegs und hatte schon Gespräche geführt mit anderen. Und in der Zwischenzeit ist das eben passiert, dass Waterland eben schon meine Konkurrenz gekauft hat. Und dann gesagt haben, okay, wir wollen das jetzt im Sinne des Buy-and-Builds, im Rahmen davon, Digi-De-Builds auch. Und ist das nicht ein Stück weit auch das Baby verkaufen? Also du sagst, ja, es war jetzt dann... Ich hatte schon ein starkes Salary-Remorse danach. Stark. Ich dachte erst während dem Prozess, oh, wann kann endlich ist es vorbei? Und dann bin ich frei und so. Und habe auch direkt gesagt, ich will dann auch raus. Aber es kam dann doch anders. Du bist dann doch früher als geplant auch operativ ausgestiegen. Warum? Also geplant war eigentlich, dass ich direkt rausgehe. Dann aber als im Prozess und als ich mit den Teams so die Vision der Gruppe und so durchgegangen bin, dachte ich mir so, ach, vielleicht bleibe ich doch noch ein bisschen. Vielleicht lerne ich dann auch noch was. Und dann mit Private Equity. Und das war auch echt cool am Anfang und auch was Neues. Und es hat so eine neue Dynamik reingebracht, dass ich dann auch nicht mehr Eigentümerin war. War mir dann auch, wurde mir auch schmerzlich dann auch bewusst. Das war so der erste Moment, wo ich gesagt habe, ah, okay, krass, eigentlich treffe ich ja nicht wirklich mehr die Entscheidungen, auch wenn ich weiter in Geschäftsführung war. Aber man muss sie halt zusammentreffen. Das kannte ich halt vorher nicht. Aber ich habe dann, ich habe ja September war Closing und ich habe dann zu Dezember dann doch gekündigt, dass ich dann zu Ende Juni raus kann. Ja, ich glaube, das ist für viele Gründer, die geexitiert haben und dann in der Firma bleiben. Du bist plötzlich nicht mehr Chef. An anderen Leuten gehört das Unternehmen und du musst am Ende des Tages machen, was sie wollen. Ja, was mich extrem genervt hat, war eben diese Budgetdiskussionen. Und wir waren höchst, also wir waren höchst performant und ich habe es halt nicht eingesehen, diese Diskussion zu führen. Also ein Stück weit hast du auch auf den Earnout dann verzichtet. Also mein Earnout war nicht zeitlich gebunden, sondern umsatzgebunden. Und ich habe einfach auf mein Team vertraut, dass die Umsatzziele erreicht werden. War aber auch okay damit, wenn sie nicht erreicht werden. Also ich habe da keinen Druck ausgeübt. Ich bin nicht raus und habe gesagt, weh, ihr erreicht die nicht, ich gehe jetzt raus und bitte. Sondern habe gesagt, wenn es passiert, super, wenn nicht, okay. Genau, du wolltest die Freiheit und Geld ist dann eben auch nicht herlassen. Genau, ja. Ich war einfach raus. Ja, und ich finde, du hast dann auch ganz toll weitergehandelt. Du hast nämlich einen großen Teil des Exits eingesetzt, um eine Stiftung zu gründen, die Insani Stiftung. Wie kamst du auf die Idee und was macht die Stiftung? Also ich habe im Prozess, ich hatte ja eine super Anwaltskanzlei, die mich da begleitet hat. Über die wir uns kennengelernt haben, muss man dazu sagen. Ja, und da hat mich dann jemand in einem Meeting gefragt. Einer der Anwälte meinte dann, ja, so off the record, was machst du jetzt dann mit dem ganzen Geld? Und ich so, ja, also ich würde gerne einen Teil spenden. Und dann hat er gesagt, okay, aber wäre es dann nicht schlau, eine Stiftung zu gründen. Und wenn du willst, kann ich dich mit einem Stiftungsanwalt connecten und dann könnt ihr weitere. Setz dich einfach mit ihm zusammen und guck mal, vielleicht ist das ja was für dich. Und dann hat der Anwalt dann noch so einen Satz gedroppt, den ich ganz, ganz... cool fand, der meinte dann, ob du jetzt mit dem Geld, also quasi versteuerst und damit die Bundesregierung neue Straßen baut. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder du, es ist doch cooler, wenn du einfach selbst entscheiden kannst, was mit der Kohle passiert. Vor allem, weil du ja schon dich engagieren willst. Also, und das war dann für mich schlüssig. Ja, Sabrina, finde ich ganz großartig. Was ist denn der Stiftungszweck? Also welche Themen fördert ihr da? Also, für mich die Themen Chancengleichheit, Integration, Bildung, gerade für Kids und Jugendliche aus nicht privilegierten Verhältnissen, das so als Oberbegriff für die Stiftung und alles, was darunter fällt, ist etwas, was ich halt fördern darf. Ja, finde ich wirklich so beeindruckend. Und du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass das manchmal auch tatsächlich Schicksale sind, die dich mitnehmen, die du da erlebst. Vielleicht auch einer der Gründe, warum du das über eine Treuhandstiftung organisierst? Genau. Ich habe damals auch gesagt, weil ich ja noch aktiv in der Firma drin war bei DigiDip, also da hatte ich ja noch nicht gekündigt, beziehungsweise war ja noch über ein halbes Jahr da, habe ich gesagt, okay, ich würde gerne sofort aktiv werden mit der Stiftung, kann mich aber nicht wirklich um diesen Papierkram kümmern. Und dann hat eben der Stiftungsanwalt gesagt, kein Ding, wir suchen dir eine Treuhandstiftung, die deinem Zweck ein bisschen matcht, also wo ihr euch in den Werten auch matcht und habe dann eben da die Kreuzberger Kinderstiftung gefunden. Also er hat sich für mich unter, mit anderen, also noch ein paar andere Stiftungen, genau, er hat mich dann, er hat dann ein Intro gemacht und es hat dann auch sofort geweibt. Und da und mit denen arbeite ich gerne und eng zusammen. Was sind die Vorteile und wie funktioniert das? Kannst du vielleicht mal so kurz beschreiben, weil vielleicht ist das ja für die eine oder andere Hörerin, die auch schon geexitet hat, auch ein interessanter Ansatz. Der Vorteil ist, dass ich wild helfen kann. Wild ist immer gut. Ja, ohne mich wirklich mit dem Stiftungsgeschäft auskennen zu müssen. Ich habe aber natürlich mir als Ziel gesetzt, auch von der Stiftung zu lernen und auch zu lernen, wie das funktioniert oder mich dort auch mit den Leuten regelmäßig auszutauschen. Ich habe mir auch vorgenommen, das jetzt in Zukunft noch intensiver zu machen, weil ich bin ja in der Zwischenzeit auch schwanger geworden und alles ist dann alles so ein bisschen aus dem, ja, ich meine, mein Fokus war dann woanders. Und wir haben dann quasi einen Deal, dass ich Projekte von denen mitfördere und sie quasi alles Operative für mich übernehmen quasi, ja. Ja, toll. Respekt. Wirklich Respekt. Ich kann mir vorstellen, dass du in deinem Umfeld nach dem Exit natürlich sehr oft gefragt wurdest, what's next? Also so ticken wir ja leider alle oder so tickt natürlich die Welt. Hat das genervt und wie bist du damit umgegangen? Ja, ich hatte schon den Eindruck, dass von mir erwartet wird, dass ich jetzt das nächste Ding baue und höher, schneller, weiter, noch größer und erfolgreicher. Und ich habe mich dann so ein bisschen dazu verleiten lassen, direkt nachdem ich ausgestiegen bin bei DigiTip. Und habe dann aber schnell, also war dann erleichter, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Weil dann konnte ich es abbrechen. Startup-Founder werden ja immer noch sehr gehypt, sind aber irgendwie doch alle ganz normale Menschen, in Anführungsstrichen. Du sagtest im Vorgespräch zum Beispiel, ich bin auf Events mit nur Männern gegangen und habe mich geschämt. Mit dem Umsatz ist auch mein Selbstbewusstsein gewachsen. Das fand ich so einen mega großartigen Satz. Also du hast dich ins Risiko gewagt, du hast dich getraut und da am Ende des Tages auch deine Selbstwirksamkeit ausgeübt. Und nach dem Exit hast du gesagt, bist du schwanger geworden und warst fast erleichtert, hast du gerade auch nochmal gesagt. Bleibst du jetzt Hausfrau und Mutter, wäre ja auch eine tolle Rolle. Ja, ich genieße die Rolle gerade total, muss ich sagen. Also ich finde, ich feiere das super krass. Geschämt, ich glaube, ich habe mich eher unwohl gefühlt. Ja, genau. Ich bleibe jetzt erstmal Hausfrau und Mutter, bin nebenbei aber noch unterwegs. Ich berate nebenbei junge oder angehende Gründerinnen, bin als Investorin auch noch unterwegs. Weniger im Business Angel Bereich, aber ja, versuche mich jetzt auch weiterzubilden. Habe in der Zwischenzeit auch eine Ausbildung abgeschlossen im Bereich Gesundheit, also Darmgesundheit. Wow. Das war bei mich, das einfach interessiert. Du hast ganz anderes. Ich bin jetzt, könnte also Ernährungscoach jetzt arbeiten, was ich jetzt nicht mache. Das hat mir echt Spaß gemacht, aber ja. Ja, du lebst ein bisschen aus, worauf du Bock hast und worauf du überhaupt keine Zeit hattest, während die Firma lief. Und das genieße ich total, das genieße ich total. Einfach diese Freiheit zu haben und das Privileg zu haben, zu sagen, okay, darauf habe ich jetzt einfach keinen Bock mehr, das mache ich jetzt nicht mehr. Also ich meine, es ist ja eigentlich optimal. Erstmal den Exit machen und dann Familie gründen, weißt du, viele andere Gründerinnen sind dann so mittendrin und denken, okay, ich bin jetzt 30. Wie mache ich es mit der Family? Also das ist auf jeden Fall ein super Weg. Ja, cool. Ja, und die sitzen ja hier nun zwei erfahrene Mütter gegenüber. Das ist eine Phase, das wird auch wieder weniger, kann ich gleich dazu sagen. Also was mich in der Tat nochmal interessiert ist, gibt es hier in Berlin oder überhaupt relevante Netzwerke, wo du aktiv bist? Weil ich denke, du hast so wahnsinnig viel zu erzählen und so wahnsinnig viel Erfahrung. Und erstmal vielen Dank, dass du hier auch sitzt und deine Erfahrung teilst. Aber gibt es da Netzwerke, wo du unterwegs bist und erzählst? Also ich habe momentan zwei Lieblingsnetzwerke. Einmal ist es der Grace Accelerator. Ja, cool. Ja, kennst du den? Ja klar, Leonie. Leonie, genau. Leonie, genau. Leonie ist so toll. Da bist du in den Batches mit drin? Nee, da bin ich, da wurde ich quasi für Inspiration Talks und zum Sparing quasi gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann, um ein bisschen aus meinem Nähkästchen zu plaudern. Und wen ich auch super toll finde, ist Kerstin Schiefelbein, die Fem Visible ins Leben gerufen hat, was auch ein super wichtiges Programm ist, die Sichtbarkeit der Gründerinnen. Absolut. Was ich ja auch super vernachlässigt habe und das ist ein tolles Programm. Jetzt bist du ja hier bei uns. Ja, danke. Fearable. Ja, ihr macht auf jeden Fall coole Leute sichtbar, ja. Das habe ich schon gesehen. Ja, freut mich, dass du das sagst, weil das ist natürlich auch die Idee, ein bisschen eine Bühne hinzustellen und Role Models aufzubauen, weil du bist ein Mega-Role Model. Ach, danke. Und es ist so schön, wenn man daran teilhaben darf. Dankeschön, weil du einfach auch so eine total zugängliche und bodenständige, ist immer ein doofes Wort, aber du bist halt null irgendwie abgehoben. Das ist einfach großartig. Ich probiere es. Ich reiße mich sehr zusammen. Aber das kommt dann sehr, sehr, sehr natürlich rüber, muss ich mal sagen. Ah ja, und Natascha Höfner von Her Career finde ich auch. Da bin ich auch immer gern gesehener Gast. Okay. Bei der Messe im Herbst in München. Genau, da habe ich auch einen Vortrag gehalten und war in einem Panel. Toll. Du hast eine ganz tolle Reise hinter dir und beeindruckend aufgebaut. Wenn du zurückblickst, würdest du irgendwas anders machen? Eigentlich in meiner Gründung jetzt, in der Firma. Insgesamt, ja, also klar, in der Gründungsfirmenreise. Nee, eigentlich nicht. Das war wirklich, ich hätte früher als anderes gesagt, aber jetzt im Nachhinein, ich bin so im Reinen. Es ist genauso, wie es sein soll. Also es klingt ja auch ein bisschen tatsächlich nach Bilderbuch. Ja. Also war einfach mega journey. Das Timing war perfekt. Timing war super. Das ist doch ein schöner Abschluss. Genau. Und zum Abschluss, liebe Sabrina, fragen wir immer nach deinen Top-Tipps. Kannst du so zwei, drei Top-Tipps mitgeben an angehende Gründerinnen oder schon? Ich habe sogar mehr. Ja, aber immer. Also ich habe viel mehr. Aber die wichtigsten, also wirklich die allerwichtigsten, meine eigenen Learnings waren Leadership lernen. Oh, okay. I agree. So ein Leadership-Coaching zu machen, weil man denkt vielleicht, das ist einem irgendwie, man ist einfach eine coole Person und das geht einem easy von der Hand, aber ist nicht wirklich so. Man lernt es nicht im BWL-Studium und auch nicht im Ingenieurstudium. Und das muss man schon on top machen. Das braucht ein gewisses Feingefühl und man kann Dinge lernen und die habe ich da gelernt und angewendet und wurde dankbar von meinem Team aufgenommen. Und das hat mir auch geholfen, die richtigen Leute auch reinzustellen, tatsächlich. Und dann, was auch wichtig ist, don't ask for permission, ask for forgiveness. Wow, toll. Ich glaube, dass wirklich schnell Entscheidungen treffen ist super wichtig. Es nervt deine Mitarbeiter einfach nur, wenn du keine Entscheidungen treffen kannst. Und ja, ich glaube, was auch noch super wichtig ist, sich nicht nur Erfolgsstories reinzuziehen, aber vielleicht auch gescheiterten Gründerinnen zuzuhören. Da kann man auch ziemlich viel lernen und halt eben authentisch zu bleiben. Also mir hat es immer geholfen, authentisch zu bleiben, was auch übrigens für Hiring super wichtig war, weil ich habe den Leuten nichts vorgespielt. Und so konnte man einige Hirings vermeiden und coole realisieren. Ja, wow. Ich finde es jetzt ganz spannend, dass zum Ende, ganz zum Ende des Podcasts, wenn wir eigentlich durch sind, nochmal dieser knallharte Satz kommt. Don't ask for permission, ask for forgiveness. Das ist eine schöne Abrundung zu der Persönlichkeit, die hier so super lieb und nett sitzt. Also da gibt es offensichtlich noch was Stahlartes unten drunter, was ja auch zum Erfolg beiträgt. Toll, dass du da warst. Ja, und ich finde, es war ein tolles Interview und ich fand auch die Tipps sehr besonders, muss ich wirklich sagen. Wir haben schon viele Tipps gehört. Ganz toll, ganz wertvoll. Dankeschön, Sabrina. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke euch. Wo ist das eigentlich, das Kind? Das würde ich auch nochmal schnell fragen. Nee, es ist jetzt gerade zu Hause, schläft, während der Mann Homeoffice macht. So soll es sein. Ich mag das noch alles alleine. Ich habe noch keine Nanny, keinen Babysitter, leider. Wir wollten natürlich hören, dass das bei Papa ist. Ja, ganz toller Papa. Wer macht das super? Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen.